Ein verfluchter Schatz? Ging, als müsste ich mir das mal ansehen. Ging, als müsste ich mir das mal ansehen. Ich bin hier an einem großen Hotel auf einem Berg. Ja, das Grand Hotel Caballero. Seit 1740 war das ein Militärgefängnis. Dann ein Hotel, dann wieder ein Gefängnis und wieder ein Hotel. Sieht aus, als könnte man dort nicht reservieren. Wenn Castillo da ist, muss man immer auschecken. Wie lange machen wir das weiter? Keine Ahnung, meine Witze sind ausgebucht. Ich lege jetzt auf. Sieht aus, als müsste ich zu dieser Höhle. Sieht aus, als müsste ich zu dieser Höhle. Sieht aus. Wiecipix mit drin. Das ist richtig. Was ist das? Oh Gott. Ah, ah! Wer macht denn sowas? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020